Weil ich mich darauf mal konzentriere, hier mal keinen Blödsinn zu machen. Oder wenn, dann nicht so viel. Äh, jetzt brauche ich wieder Bricks. Kamerad Bricks. Äh, hopp. So, huch. Ja, so Fenster kann man ja hinterher noch reinschlagen, äh, reinmachen. Dann schlagen wir uns hier wieder ein Loch in die Wand. Gut, den einen, denn bedingt durch Lachs, haben wir den einen dann jetzt halt ausgelassen. So. Okay, und dann kommt hier auf den das nicht drauf, aber da wo der ist. Ich will wenigstens einen Giebel, werde ich wenigstens fertig machen hier. Ich mach dich fertig, du Sau! So. Der. Der. Dann mal von der anderen Seite. Ein. Und dann den hier. Habe ich noch Cleanstone. 30. Also es wird hinten und vorne noch nicht reichen. Upsa. So. Zwei bleiben über. Aber im Endeffekt habe ich jetzt erstmal wieder 28. So, denn hier. Zack, zack. Treppe. Eins. Zwei. Treppe. Ähm, toll. Und das wird ein Spitzdach. Ein ganz spitzes Dach. So wie ich die Sache gerade sehe. Der. 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 Äh. 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 Und so. Ja, jetzt würde ich das hier, äh, sag mal, geht das? Äh, wenn dann nicht hier. Ähm. Autsch. Gucke ich mir das Ganze jetzt von weiter weg erstmal noch an? Oder ich gucke erstmal, geht das eigentlich? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Und wenn ja, wie sieht das aus? Ja, das geht. Und wie sahen die aus? Wie ein Halber. Okay. Zumindest in diesem Text für ein Paket. So. Den einen werde ich mal einfach. Obwohl von hier. Hat was. Ich sag mal so. Das hat, glaube ich, nicht jeder. Ähm. Dort. Mitte. Mitte. Einfach mal hochbauen hier. Und dann setze ich den einfach mal da. Und dann setze ich den einen einfach mal da hin. So. Schaufel gezöckt. Zack, zack, zack. Und dann einmal runterbuddeln. Bitte ganz. Bitte danke. Danke bitte. So. Und dann wollen wir mal gucken. Vielleicht hätte ich das verdrehen müssen, dass oben das Holz ist. Aber wir schauen mal einfach. Oh Gott, ich trau mich gar nicht, mich jetzt umzudrehen. Tada. Tada. Also, ich würde jetzt gerne... Also, ich würde jetzt gerne... 1, 2, 1, 2. Also, ich glaube, ich möchte hier gerne was ändern. Aber das geht nicht. Na, ich habe gerade so überlegt. Hier zwischen da... Da so sind 2 zwischen. Dann... Also, unten Holz. Dann 2 mal Bricks. Holz. 2 mal Bricks. Und dann nochmal... 2 mal Bricks. Und dann nochmal Holz. Wieso? Das wird doch gehen. Das ist genau da, wo das Loch ist. Ich probiere das mal aus. Aber ich glaube, die müssen bleiben. Diese Baumstämme. Oha, nicht wundervoll. So, flitzen wir mal einfach nach oben. Und testen das mal. So, und zwar genau hier. Die müssen dann dafür raus. Okay. Aber ich werde die Dinger doch mit rausprügeln. Und dann... Oh Gott. So, komm. Hier ist auch egal. So, zack. Äh, die dann da mal kurz. Ach, scheiße. Scheiben war ich noch dabei. Ähm. Gib her. Geh doch. So. Bei klassischer Musik. Werden wir das Dach schon irgendwie fertig bauen. Ähm. Dann hier. Der Kamerad. Der muss dann auch noch mal kurz weg. Vielleicht auch lang. Vielleicht muss er gehen. Für immer. Wer weiß das schon. Ich wollte nicht anfangen damit. Ähm. So. Hier ist das ja, glaube ich, genauso. Ne? Oder ähnlich? Oder... Nein. Wie habe ich das hier gebaut? Und da wird es auch schon wieder Nacht. Das sehe ich doch schon wieder. Achso. Hier habe ich jetzt das. Aber das könnte man trotzdem genauso bauen. Dann würde sich das einmal durchziehen. Äh. Soll ich mal cheaten? Soll ich mal Tag machen? Nein. Nein. Das machen wir nicht. So. Ja. Nö. Ich finde, das geht. Da noch die Erde dann gleich weg. Das machen wir mal noch schnell. Keine Arme, keine Kekse. Zwei. Drei. So. Damit hätten wir dann mal die Erde weg. Und dann... Gehen wir mal rein. Und ich rette mich jetzt in eine Aufnahmepause bis Sonntag. Nein, das mache ich nicht. Das war ein Spaß. Ähm. Ich werde jetzt erstmal bei dem Dach, glaube ich, erstmal konsequent ein bisschen weitermachen. Dann schaffe ich das heute vielleicht nicht mehr zu rendern. Aber dann kann ich morgen ein bisschen rendern. Wobei, morgen müsste ich eigentlich Edna machen. Ähm. Ich bin zwar in der Lage, zwei Computer zu benutzen. Drei Computer zu benutzen zum Rendern. Aber... Das hat alles so seine Ordnung. Weil ich auf jedem Computer andere Savegames habe. Savegames. Also... Na, ich weiß schon, was ich mache. Ich mache hier so Speicher... Blöbelts. Dinger. Äh... Tja, ich weiß nicht, wie kann man das so eigentlich durch... Für... Könnte man... Oh, doch. Vielleicht. Sag doch mal. Ne, jetzt sag doch mal. Junge. Frukte Mungo. So. Na, einfach mal so lange, wie ich noch habe. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle... Dann ist es aus. So dachte er beim... Nein. Das wollte ich nicht. Ich muss mich immer wieder zusammenreißen. Und ich muss mich hier auch immer wieder zurückholen. Oder soll ich das einfach mal machen? Was sagt ihr dazu? Meine 13 Abonnenten. Was sagt ihr denn? Sag doch mal. Paul, sag du doch mal. MC Paul 428. Sag doch mal was dazu. So. Mache ich das noch gut so? Oder ist bei mir jetzt irgendwas zu erkennen? Irgendwie, dass ich keine Lust mehr habe oder so? Äh, ich meine, das weiß man ja nicht. Äh, also ich bin jetzt bei... Knapp 80 Folgen. Das hier müsste auf jeden Fall schon... Über die 80 sein. Denn... Äh, hochgeladen habe ich letzte Nacht 77. Ich nehme jetzt schon... Also mich interessiert das gerade mal. Moment, ich möchte mal den Task switchen. Äh, da. Eine Stunde 15 nehme ich jetzt auf. Äh, das bedeutet... Weniger, dann haben wir da ein. Und das Schöne ist bei der Mathematik, dass man sich ja einen runterholen kann. Aber ich glaube, den wird zattig schon mal. Ähm... Ja, keine Ahnung, bei wie viel Folgen wir jetzt sind hier. Also irgendwas auf jeden Fall über 80, innen 90. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das 100er-Special fällt auch aus. Glaube ich. Ich bin da ein... Äh, ich sag mal so, ich bin da ein wenig... Äh, mit mir selber noch nicht ganz im Klaren, ob ich ein 100er-Special machen möchte. Ähm... Zur Begründung kann ich folgendes sagen. Der Kanal Trivolo, der boomt zur Zeit. Heute, am 27.01. Da boomt der Kanal nicht so besonders. Also so, wie, sag ich mal, ich das gerne gehabt hätte. Oder mir das auch irgendwo, äh, gewünscht hätte. Ähm... Naja, also man fängt so an mit so einem Let's Play und... Denk denn so, ja, das Ding läuft dann an und dann in ein paar Monaten hast du denn vielleicht, ne... Steckst dir dein eigenes Ziel auch irgendwo mit... Mit Abos, die du dann auf deinem Kanal laufen hast und... Ja, also... Also ich weiß jetzt nicht... Puh, gerechnet hab ich mit mehr, also mit 30 oder so. Na, aber vielleicht ist nichts auch einfach daran, dieser Minecraft-Hype, äh, scheint abgehypt zu sein. Ne, noch bevor die Vollversion überhaupt released wurde, hatte ich schon das Empfinden, also so zu 1.8... Hatte ich das Empfinden, dass, äh, der Minecraft-Hype abgehypt ist. Aber das ist halt nur... Empfundene Sache. Das wird niemals reichen an... Stone. Das ist die falsche, äh, so, äh... Mal die 10 dazu. 1, 2, 3, 4... Wollen wir jetzt 5 genommen? Ich weiß es nicht. So, dann wollen wir hier mal wieder 7, 8... Mal hier noch so ein bisschen die alte... Produktion in Gang schm... Gang werfen. Zu der Musik von... Zu der Musik von... Einem Playstation 1 Spiel. Ich werd, glaub ich, Kingdom Hearts langsam aber sicher rausschmeißen aus meiner Playlist. Die Gründe dafür sollten offensichtlich sein. Läuft so oft. Oder vielleicht auch liegt's daran, weil... Läuft so oft. Warum hab ich das denn jetzt gemacht? Also... Ich hab keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht hab. Ähm... So, 2... 5, 6, 7, 8... Koppel... Zack... Und wir haben noch einen Ofen hier hinten. Und wir hatten auch noch oben einen Ofen. Oder ist das jetzt egal? Oder ist das jetzt egal? So... Zack... Und zack... Und ja, Mensch... Dann haben wir langsam aber keine Koppels mehr für den Neter. Ne? Kennst du den? Den Neter? Ja, den kenn ich. Das ist der Bruder von Peter, ne? Haha! Oh Gott! Haut dem eine rein! Haut dem Trivolo doch mal ordentlich was an die Schnauze. Der hört sonst nicht auf mit diesen schlechten Witzen. Na, man könnte jetzt wieder sagen, die hat er sich abgeguckt. Nein, die hat er sich nicht abgeguckt. Der ist wirklich so. Der war auch schon vorher so. So... Nein! So rum. Zack! Und... Hier und... Äh... So und... Ja, aus 3 kann ich nichts mehr machen. So, komm. Danke! Ähm... Joa, 64... Äh... 24... Joa, gut. Macht jetzt 88. Ähm... Joa, holztechnisch... Äh... Ja, komm. Ach... Was soll's hier? Plopp! Machen wir da auch nochmal ein paar nette Stufen draus. Und dann ist gut. Flopp! Ja, hier sind wir ungefähr gleichgezogen. Und dann passt das! Und dann passt das! Und dann passt das!